Servus lieber Vlog! Für mich geht es jetzt nach Nürnberg auf den Geburtstag von der Luisa. Das ist die Freundin von Ludwig, also die Mama von der Mila praktisch, die ihr im letzten Vlog gesehen habt. Die weiß noch nichts von ihrem Glück, dass ich vlog. Der Ludwig hat aber gemeint, dass das absolut notwendig ist, dass ich jetzt da ein Video produziere. Und deswegen werden wir mal sehen, inwieweit ich die Gäste vor Ort nerven kann mit meiner Kamera und auch die Luisa an sich. Aber das müsste sie gewohnt sein. Ich meine, die Frau ist zwar beim Radio. Die schaut jetzt nicht so viel in die Kamera rein, aber im Mikrofon spricht die den ganzen Tag. Also das ist der ihr Job. Jetzt schauen wir mal und wir sehen uns gleich dort wieder. Ich hoffe tatsächlich, dass es was zu essen gibt. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Heute nur Rap gehabt, vier Stunden und dann noch eine fünfstündige Klausur. Mir geht es relativ scheiße. Aber gut, wir machen das Beste draus. Und in diesem Sinne, bis gleich. Ich habe nur gesagt, es gibt nur einen, der so klingelt. Das ist der Moritz. Ja, hallo. Das ist Bella und Schnee. Hallo. Willst du mal im Vlog Hallo sagen? Und du? Du auch? Ja. Ja, ich habe coole Socken an. Das hat jeder die Spröhe, nur du nicht. Grüezi. Hallo. Happy Birthday. Du bist jetzt in meinem Vlog. Warte, warte. Okay, das fängt schon mal gut an. Ist du noch da? Danke. Also der Moritz macht immer Vlogs. Nicht immer, ich habe das erst angefangen. Okay. Das ist, das ist, aber ich wünsche dir alles erdenklich Gute zu deinem Geburtstag. Und du schaust echt noch aus für 22. Danke, mein Herz. Das war das Geilste. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Oh, wow. Ich habe gehört, die hast du heute anprobiert. Ja. Das war meine kleine Geburtstagsdee. Warte, ich mache hier einen Schatten mit meinem Puschel. Alles Gute. Danke. Schön, dass du da bist. Hat er auch Instagram. Er hat mir heute noch keinen Geburtstag gespielt. Stimmt. Muss ich auch noch mal. Ja. Jetzt? Ja. Jetzt gleich? Ja, jetzt gleich. Happy Birthday to you. Birthday to you. Danke schön. Ich habe mir jetzt ein ohne Nachschubgeräusch. Nennst erstmal, wie viele Follower du auf Instagram hast. Was? Du bist so ein Quatschkopf. Echt jetzt. Foto ist so ein Instagramer, mate. Warte, kannst du mal zeigen, wie macht man denn so ein Foto jetzt auf Instagram? Ich verstehe es nicht. Wieso müssen die sich alle in die Küche quetschen? Ja, wir brauchen halt jemanden, der fotografiert. Ach so, ja, warte, das kann ich. Ich bin Profifotograf. Okay. Warte, ich glaube, das kriegen wir schneller aus, die ist ja viel besser. Ich glaube, das kriegen wir schneller aus, die ist ja viel besser. Ja. Hey, Leute. Komm, sag mal Hallo. Ich bin alle in der Küche. Sag mal Hallo. Ich hab sie alle in die Küche gestern. Nach aktueller Auftragslage wird das nichts vor Ende der Woche. Wollt ihr in meinem Vlog auch Tschüss sagen? Ciao. Wir haben festgestellt, dass mein Signature-Move, die Kamera zu schlagen, etwas ja nicht so sonderlich einfallsreich ist. Deswegen habe ich mir jetzt das Neues ausgedacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.